Nichts, was auf Ihre Identität hinweist. Was ist mit der Mordwaffe? Die wurde noch nicht gefunden. Wonach suchen Sie? Nach ihr. Wollen Sie mir nicht endlich sagen, worum es hier geht, statt die ganze Zeit um den heißen Brei zu reden? Waren wir verabredet, Herr Kommissar? Madame, ich bin nicht die Feinde. Wie bringen Sie denn Verdächtige zum Reden? Mit gar nichts. Ich höre Ihnen nur zu. Es ist nichts mehr da. Bloß noch Nacht. Ich habe nichts getan. Polizei, mach schon. Wieso warst du dort? Jemand wollte das namenlose Mädchen verschwinden lassen. Sie hat jedoch unweigerlich Spuren hinterlassen. Sind Sie immer so unnahbar? Sei wachsam, aber halt eine gewisse Distanz. Meine Aufgabe ist es, die Wahrheit zu finden. Ehrlich gesagt, ich glaube gar nichts, wenn es um den Tod geht. Ich vertraue lediglich den Beweisen. Ich focused sie vor zwei Minuten. Ich beides consulte noch an Sie, wenn es um den Tod geht. Ich bin zurore schn Ở��� Rey. Ich mache ein anderes.